Die 2-Laderampe liegt direkt vor Ihnen. Okay. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Oder Powerade Commander. Benziehen Sie eine Falle, Soldat. Aktiviere Detonator. Scheiße, du. Drei Achter sind schwarze getrocknet. Der hat einen Abflug gemacht. Weißt du was? Alle platziert da. Geht Sie in Position, Delta. Geht in Position. Jetzt auf einmal sieht man die Rest. Ja, den trifft er. Der hat sogar so einen Abflug gemacht. So, jetzt können wir uns erstmal alle heilen. Manöver abbrechen, Delta. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Manöver abbrechen, Delta. Ja, Sir. Aber mit dieser Waffe ist das ein Kinderspiegel. Danke. Ja, Sir. 6-2 ist kampfbereit. Position ändern, Delta. Rumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda-Soldat. Ich bin schon unterwegs, Sir. No, nein. Fühl mich besser. Von hier haben wir freies Schussfeld. Oh nein, der ist schon durch. Sir, uns geht's allen gut. Lasse bereit. Gut. Währenddessen unser Kumpel da. Wir brechen auf. Sprengsätze. Die Droiden haben die Munitionskisten vermied. Sichern Sie den Sektor und entschärfen Sie die Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Alles klar. Hecken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Ich mach das. Wir sind Droidenträger gelandet. Sie wollen Sie mit den Geschützen aufhalten. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Ja, hoff ich da hin. Oder weißt du was? Da kann so was viel Sinnvolleres machen. Bin unterwegs. Kamerage extra. Aber weißt du was? Hecken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Ja, sieh wieder. Dann kümmer ich mich um den Rechts. Recht. Abbrechen, Delta. Ich brauchte dich da hin, eigentlich. Den Rest mache ich schon. Alles gut. Oh, Ritter. Ja, Kashi. Wir können es uns nicht leisten, die Munition zu verlieren. Bein verpackt und verschnürt, da. Wir brechen auf. Hecken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Bin dabei. Manöver abbrechen, Delta. Du hast das, die wir aufbrennen. Alles gut. Bin dabei. Ja. Ich glaub. Ja, ja, ja. Mach den, mach den, mach den, mach den. Oh, ich bin down. Du kannst mich holen. Einer von euch kann mich holen. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir sind alle am Arsch. Ich muss wohl mit den Dingern mal ran. Nein. Nein, wir lokalisiert. Nein. Nein. Fuck. Ich glaube, wir haben das Delta-Team verloren. Ich hab mich zu viel getraut am Ende. Schade. Okay, nochmal. Sprengsätze. Die Droiden haben die Munitionskisten vermied. Sichern Sie den Sektor und entschärfen Sie die Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Okay, das ist ja das Problem. Sie haben einen neuen Träger gelandet. Sie wollen Sie mit den Geschützen aufhalten. Okay. Versuch, irgendwie da. Ich weiß mittlerweile, ja doch. Hat er den echt weggehauen? Okay. Ja, dann geh du dran. Achtung, Granate. Haben wir auch. Einer hier hin. Wow. Waffe. Das glaube ich dir. Deswegen, also ich versuche einen, den mal hinten zu haben. Der versucht zu decken. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Die Preis wird knapp. In der Rücksteckung, Delta. Oh, oh. Ah. Jawoll. Da. Sehr gut. 4-0 hat's erwischt. Hilft ihm. Oh, ja. Oh, fuck. Was machen die denn hier? Offenbar dann, die Separatisten, der Land hat ernst, als wir dachten, sie haben jeden Mann mobilisiert. Ich bin da. Oh. Könnt ihr mich irgendwie holen? 07 hat's erwischt, Team. Oh, fuck. Der da oben, der geht mir auf den Geist. Oh, fuck. Hältst du da? Hol mich lieber, hol mich lieber. Nein, er ist tot. Nein, ist er nicht. Hat's irgendwie noch geschafft, gerade. Ich wohne. Komm hoch. Nein, ich bin tot. Alter, diese scheiß Viecher oben, Alter. Ich, ich mach das jetzt so, ich positionier die nur noch unten und es ist ja... ...die Droiden haben die Munitionskisten vermied. Sichern Sie den Sektor und entschärfen Sie die Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Knacken wir das Terminal. Das ist ein Kinderspieler. Eben sind Droidenträger gelandet. Sie wollen sie mit den Geschützen aufhalten. Ich stelle dich erstmal überall hin. Okay. Ich versuche vorne gleich zu knacken. Gehen Sie in Position, Delta. Gehen Sie in Position. Die soll mir einfach drin zur Deckung geben. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Ja, okay, alles klar. Ich schaff's doch schon. Lass mich aber den Rest machen. Lass mich einfach den Rest machen. Das ist ja mal wieder geil. Alter. Ich werde es schon schaffen. Puff dort. Ey, Bruder, komm da bitte wieder zurück. Schalten Sie sie von dort auf. Ich bin unterwegs. Oh, tolle Abfahrt. Soll ich mich, soll ich es wagen? Nein! Jetzt ist es zu spät. Okay. Wir haben den Team Leader verloren. Der Scharfschütze ist eigentlich ein bisschen egal. Also wenn die zwei... Äh, der Scharfschütze, der Granadier ist eigentlich egal. Aber die Scharfschützen dürfen nicht weg. Weil die Scharfschützen, die machen schon mega Damage. So, wir machen Prozedur Nummer zwei Milliarde. Also nochmal Position hoch. Und ich möchte das machen. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Die treffen auch. Oh, ja. Oh, ja. Fuck, Alter. Rechts dieser Idiol. Nimmt mir alles weg. Ich lasse den mal kommen. Weil der Scharfschütze ist eigentlich relativ wumpe. Ich hoffe, die kriegen die noch irgendwie. Weil die machen mega viel Schaden. Alles klar. Ähm, hol unseren Kumpel. Hier kriegen wir sie nicht. Werde unterwegs. Ich mach das Ding zu Ende. So fünf Sekunden hab ich noch. Gute Arbeit. Die Verladeramme ist gesichert und wir konnten einen Teil der Munition retten. Bringen Sie Tafel jetzt zu seinen Leuten. Und das war Nummer zwei dann. Jetzt ist er endlich weg. Alter, hat er genervt. Kein Bacta verabreichen, Kommando. Das ist. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Alle Bacta. Hole Bacta. Fühle mich viel besser. Muss mich hier auch reihen. Fühle mich wieder gut. Das war, das war jetzt nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir es doch am Ende hinbekommen. Könnt ihr jetzt hier... Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. 4-0 bereitet Sprengsatz vor. Gleich habe ich es, Sir. Boah. Puh. Das Spiel ist schwer. Ich hätte es nicht erwartet. Sprengsatz ist Schafting. Okay. Zurück, Deltas. Ich liebe dieses Geräusch. Na wobei. Weltner, stellt sich Halt. 4-0 lädt nach. Na gut, das war die Fallschule. Die sind neutralisiert. Egal, trotzdem fliegen die rum. Ein sauberer Treffer, Sir. Kommt. Ah, okay, gut. Laut unserer Scans in Tafels Leute auf der Laderampe hinter der Pumpstation. Rücken Sie vorsichtig vor. Vorsichtig bedeutet auch... Ja. Es kommt hin. Wir haben es. Ja. Der ist weg. Gibt lieber nicht so viel an, sondern töte mal ein paar Leute. Nein, oder weniger. So macht man das. Danke. Delta, panzerbrechende Munition ist da. Er stellt sich so hin, dass es passt. Oh mein Gott. Ist der auch praktisch hier oder was? Manöver abbrechen, Delta. Ah, moin. Den gibt es auch noch. Seit wann können Tram-Roschana fliegen? Das stellt er jetzt schon zum 20. Mal. Delta Team, machen wir es von hier aus. Ja, ha. Delta, formieren Sie sich. Vorrücken. Die untere Ebene ist komplett verriegelt. Wir müssen rauf auf den Steg. Mein Scan zeigt mehrere Signale. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Wimmet mich nicht. Wir brauchen Scharfschützen. Wir dürfen Tafel nicht verlieren. Holen Sie ihn da irgendwie raus. Wir brechen auf. Am Ende des Stegs scheint eine Schalltafel zu sein. Wir müssen darüber und die Schutztür der Fenster schließen. Oh Gott, 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 Gott. Da hinten. Das hat wehgetan. Danke. Denn er ist weg. Gute Frage. Äh, was müssen wir denn machen? Wir müssen da rüber. Wie? Manöver abbrechen, Delta. Decken Sie endlich das Terminal-Kommando. Wie kommt er denn da hoch? Ach, der läuft den, der muss den längeren Weg laufen. Oh Gott. Ich muss nachladen. Vorsicht. Versuch dich zu decken, so gut es geht. Ah, der weg. Zwei weg. Weg. Oh, 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 oh. Weg. Sechs Uhr, drei, acht. Nein. Jetzt ist er weg. Okay. Das können wir wieder mal machen. Das kann sich den ganzen Tag machen. Hack erledigt. Puh. Okay. Alter, war das schwer. Aber. Hier kommt Tafel. Oh, hier kommt Tafel. Tafel wird hier wohl einmal ein bisschen. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda, Delta. Besorge, Bagda. Hole Bagda. Eigentlich wäre es besser, wenn Sie sich alle Bagda holen. Bagda-Befehl widerrufen, Delta. Ich muss mich selbst erst mal holen. Genehmigen Sie sich etwas, Bagda. Vergessen Sie es, Sir. Dann halt nicht. Dann humpeln wir halt alleine. Nach vorne. Der hier ist tot. Das hat geholfen. Ja gut, die haben da einfach mal jetzt Leute weggesnaggelt. Einfach ohne uns. Das ist auch okay. Wenn ich nur wüsste, wer. Okay. Wenn wir jetzt mit Drogen wieder zu tun haben, habe ich wieder was gegen die. Okay. Danke. Danke. Wir brauchen schwere Geschütze, Delta. Jetzt packen wir die echten Waffen aus. Oh, das gibt ne Name. Danke. Okay. Von hier kriegen wir sie nicht. Rücke zum Ziel vor. Sklavenhändler, Delta. Schwere Verlust, bitte. Schäden durch Feuerwaffen. Tut mir leid, Jungs. Wir haben uns wirklich beeilt. Delta, bring das Waffen. Kommt in Ihre Richtung. Bringen Sie Taufel weg. Was, 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 was? All seid bereit, Sir. Position ändern, Delta. Jawohl, Sir. Oh nein. Wir kennen die Jungs. Delta, wir sollen jetzt wieder finden. Aua, 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 Aua. Ziel eliminieren. Einfach fest so drauf. Ich glaube, es kommt kein Zweiter. Ich hab's doch richtig gehört, ey. Pass auf, pass auf. Wenn der jetzt runterkommt. Treffer. Was? Trifft der den nicht mehr. Ich muss leider irgendwie versuchen, das so zu regeln. Haut alles drauf, was er hat. Wir haben Fixer. Vorsicht vor dem Blastern. Delta, holen Sie Ihren Kameraden zurück. Ich glaube, der hat ziemlich viel Zeug gekostet. Nein, da nehmen wir. Auf den Kampf vorbereitet. Pumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Jawohl, Sir. Besorgen Bagda. Ja. Bagda, eingenommen. Bin einsetzbar, im Delta-Team. Okay, sehr gut. Genehmigen Sie sich etwas Bagda. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Alles gut. Ich krieg dann irgendwie ge... Ich krieg den geschaukelt. Oder ich nehme einfach selber Bagda. Wenn unser Kollege da hinten auf die Schnauze bekommt. Nachladen. Ich muss nachladen. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Tut dem weh. Sie eliminieren. Das war... Rieder, das sind die Überreste von Turfos Leibgarde. Sie bringen ihn in den Kontrollraum. Ihr neues Ziel lautet, die oberen Ebenen der Zitadelle zu erreichen. Eliminieren Sie alle Feinde. Wenn wir diesen Baum zurückerobern und ihre Versorgungslinien unterbrechen, haben wir gewonnen. Alles klar. Get to the Wookie. Rendezvous. Boah. Also, zwei von denen sind auch schon eklig. Aber muss man halt... Der Separatisten ist auf der Krone dieses Baums gelandet. Sie müssen es zerstören. Parafel und seine Männer sind auf dem Weg in den Kommandoraum. Sie liefern von dort Informationen und taktische Unterstützung. Er hat einen Wookie-Führer zurückgelassen, der ihnen hilft. Okay. Alles klar. Auf jetzt unserem Führer. Los mit dem Gequatsche 6-2. In der Zitadelle befinden sich viele Separatisten. Aber es gibt noch eine Reihe von den K-Widerstandskämpfen. Fassen Sie auf, wo Sie hinschießen. Gurkis mögen es nicht, wenn Sie von Verbündeten beschossen werden. Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Ja, wer mag das denn? Okay, alles klar. Alles Feuer auf den da. Weißt du, ich versuch jetzt... Danke. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Ja, Sir, platziere Sprengsatz. Gesichert. Achtung, Kronate. Los, Gegner eliminieren. Ruine verlichtet. Ja, alles klar. Noch einen zweiten Minuten daher und unsere Leute sind mitgeschafft. Ziel eliminieren. Geschafft. Jawohl. Voran. Wovon redet ihr da? Autsch, das hat gesessen. Wir haben die den Spinnendroiden hier reingekriegt. Muss wohl hier drin zusammengebaut worden sein. Äh, gute Frage. Oh ja. Sir, diese Panzer in die Luft zu jagen könnte nützlich sein. Dann machen wir das doch. Positionieren Sie sich hier, Delta. Gehe in Position. Gehen Sie in Position, Delta. Machen Waffe bereit. Lasse. Und jetzt haut drauf. In Position. Dort, in Position. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Wir brauchen schwere Geschütze, Delta. Höhe Schwere ist besser. Thermal Detonator. Oh ja. Hi Kumpel. Vier Bereiche in Sicht. Okay, Kumpi. Sprengsatz. Ach, komm. Treffer, komm. Alles drauf. Da gibt es ja sonst nichts. Ich würde sagen, das war's. Was? Die. Er will uns beschützen. Wir ziehen mal ein bisschen was an uns. Jetzt nicht mehr. Dann hau drauf. Vorsicht. Ja, wenn du da vorne stehst, bist du... gehst du drauf, weil... Au. Hat sich jemand in meine Schusslinie geworfen? Schießt doch drauf, Leute. Sag mal. Danke. Alle. Abwärts. Ich nehme auch noch was. Und dann geht's weiter nach Kashik. Okay. Mal schauen, was wir jetzt treffen werden. Delta Team, sichern Sie die Promenade. Guten Promenade, Sir? Ruhe, 6-2. Einliche Einheit eliminiert. Ja, die Promenade. Warte bereit. Rüe, Klaus. Sie sind einheitlich bereit. Wir haben hier Rüe, Klaus. Die Sammler hier haben sicher keine solchen Waffen. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt ganz gewaltig was nicht. Das kannst du laut sagen. Ja. Ist alles okay? Oh. Okay. Ihr seht das auch schon noch. Schalten Sie sich von dort aus, Delta. Bin unterwegs. Wir brechen auf. Position ändert Delta. Ja, Sir. Aber mit dem Server fest, dass ein Kind erspielt. Wasser bereit. Mein Kumpel. Ich bin bereit. Frische Munition. Werft, schießt, alles was ihr habt. Aua. Schöner Schuss. Jetzt bin ich dran. Achtung, Granate. Oh. Aber vielleicht bräuchte ich doch ein Doktor aus. Der ist weg. Oh. Gute Arbeit, Delta. Oh. Delta. Wir sind grandios. Auch wenn ihr manchmal irgendwie... Darf man braucht Unterstützung. Einige seiner Wookies sitzen in einem Hangar direkt vor ihnen in der Falle. Tun Sie was zu tun ist, Delta Team. Alles klar. Das sind mal schwere Geschirr. Ausgaben. Gute mal alles geben. Ah, das kommen wir nicht. Volltreffer. Volltreffer. Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Sieben Sie den Kommando. Unterstütze 6-2. Okay. Da müssen wir wohl ran. Einen guten Klon hält nichts auf. Er ist weg. Ziel eliminieren. Brustschüsse. Erledigt. Hu. Heidenei. Pumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Die Wookies sind auf der anderen Seite dieser Tür. Alles wie gehabt. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Gegner. Fechern Sie den Raum und ermöglichen Sie den Wookies die Flucht. Alles klar. Und wie wir das machen werden. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Feiern. Wir haben nichts Großartiges. Platziere Sprengsatz. Wir haben noch das hier. Wir hatten noch ein paar Dach. Achtung, Kranate. Die Tür ist offen. Der Weg zu frei. Die Wookies sind schwer verletzt. Sie müssen den ruhigen Fläger in die Luft jagen, bevor Sie entkommen können. Wir bereichen sich. Alter, bleib da, bleib da, bleib da. Das schaffst du. Ich ziehe seine, seine Ergernis auf mich. Seine Agro. Ergernis, das deutsche Wort für Agro, Alter. Oh fuck. Wir machen die Karmatisten alle. All seid bereit, Sir. Sie eliminieren. Haut drauf. Mein Wookie reicht, um das Schiff verboten zu kriegen. Angriffsformation einnehmen. Okay. Ihr müsst euch was überlegen. Gut geschaffen, 3, 8. Als erstes das hier. Achtung, Kranate. Platz. So. Und jetzt verackert ihn. Während ich ihn hole. Gibt Vollgas. Oh shitty. Das schaffst du wirklich krass. Oh shit. Der war schon critical health. Hey. Die sind glaube ich ein bisschen... Ach der, erstaunt. Ich muss mich holen. Sonst haben wir ein Problemchen. Und danach muss ich den Kumpel holen. Okay, 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 okay. Wir sind wieder weg. Ich weiß noch nicht genug davon. Von was? Versuchen wir es mit Sprengstoff, Dater. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Dater. Platz Ihre Miene. Wo ist der Kumpel? Ich muss der Kumpel. Der geht. Der geht. Einfach das. Kannst du einfach angreifen? Oder wie ist das so? Der hat ein bisschen mehr Sicht. Komm, 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 Junge. Nein, das wird nix. Er wird draufgehen. Das ist echt schwer. Ähm, der hängt da. Der hängt da echt rum, ja. Junge. Platz Ihre Miene. Das schaffst du. Er fängt sich ziemlich viele Schüsse ein. Vielleicht kann man sagen, glücklicherweise. Achtung, Granate. Alter, fuck. Den Boss hat erwischt. Wiederhole, den Boss hat erwischt. Ich hoffe, ihr schafft es. Delta, wir müssen sie erledigen, bevor wir 3-8 helfen können. Ja, bevor wir überhaupt jemanden helfen können. Ja, die machen halt nix. Die schießen nicht, die gucken nur... Der Fixer hat erwischt. Der Fixer hat erwischt. Ja, sag ich ja. Wir haben keine Salzsauber. Er rennt zu mir. Vielleicht schaffst du es ja. Ich muss nachladen. Obwohl wir es geschafft haben. Alter, es ist... Die Wookies sind auf der anderen Seite dieser Tür. Alles wie gehabt. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Gegner. Das ist doch logisch. Feuert doch. 6-2 geht in Position. Aber na gut. Brechen Sie die Tür auf. Ja, Sir. Einmal Abfahrt. Passiere Detonator. Gesichert. Granate. Die Tür ist offen. Der Weg ist frei. Eskadees. Die Wookies sind schwer verletzt. Sie müssen den ruhigen Träger in die Luft jagen, bevor Sie entkommen können. Gehen Sie in Position, Delta. Ah, scheiße Frau. Der ist schon voll fackt. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. 4-0 bereitet Sprengsatz vor. Ich versuche dementsprechend die Leute... Oh. Boah, wir haben einen Wookie verloren. Wookie am Boden. Ein Wookie reicht, um das Schiff vom Boden zu kriegen. Dann gebt ihm doch die Chance. Ein sauberer Treffer, Sir. Erstmal hole ich ihn sein, Mate. Leute, ihr müsst schon Feuer. Gehen Sie auf den Bein, die Führer. Gehen Sie auf den Bein, die Führer. Ja. Den Rest schaffe ich. Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich habe im Moment keinen Schaden bekommen. Zurück, Delta. Ich hole Fixer. Ich hole Fixer. Was? Vielleicht ist die Kopie einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie. Alter, was ein Asi. Aber die werden draufgehen wieder. Die Turidikas sind so eklig. Aber der deckt sich gut. Okay, warte mal. Wir haben Scorch verloren. Arbeit 28. Fexa braucht Hilfe. Bin unterwegs. Moment, Fexa. Ah, frische Position. Wir brauchen schwere Geschütze, Delta. Ja, Sir. Aber mit dieser Waffe ist das ein Kinderspiel. Mit dieser Waffe ist es kein Kinderspiel. Hallo? Danke. Jetzt sind wir zu viert wieder. Jetzt kuscheln wir hier auch ein bisschen hart. Kümmert euch um die. Nein. Das klappt so nicht. Oh, die Kassen sind super gefährlich. Könnt ihr mal den da. Eliminieren. Mach doch mal den da kaputt. Den anderen da mal versuchen, das schon was zu machen. Scheiße. Der guckt auf mich? Nein. Vielleicht schaff ich es hier ja jetzt. Durchhalten, Deltas. Ich mach einfach weiter. Wir schaffen das schon. Und hoffentlich noch eine Rakete oder so. Alter, haltet durch, bitte. Du, die Kassen sind so eklig. Klick, Ruhe, 3-8. Zurück, Deltas. Vorwärts, Delta-Team. Oh ja. So schnell wie möglich. Der kriegt selbst von mir voll die Kacke. Jemand da? Ich, ich, ich. Die sind natürlich neben mir. Halt einfach deinen Mund. Du bist die ganze Zeit weggestorben. Aber wir machen das in der nächsten Folge. Von daher, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.